Stellt euch vor, das Unternehmen, bei dem ihr arbeitet, stellt Rolltore her und ihr seid verantwortlich für die Entwicklung der Rolltorsteuerung. Eure erste Aufgabe ist, eine ganz einfache Basissteuerung zu programmieren, die nur auf einen Tastendruck reagiert, nämlich für das Auf- und Zufahren des Tors jeweils bis die obere oder untere Endlage erreicht ist. So, mit dieser Steuerung können schon Tore verkauft werden, aber jetzt soll in die Steuerung eine zusätzliche Funktion eingebaut werden, nämlich soll durch Drücken des Tasters während der Fahrt das Tor stehen bleiben und nach nochmaligem Drücken wieder in die andere Richtung weiterfahren. Nachdem ihr diese erste Erweiterung erfolgreich umgesetzt habt, gibt es eine neue Anforderung, und zwar soll das Tor automatisch nach Ablauf einer gewissen Zeit zufahren, ohne dass der Taster gedrückt wurde. Dafür schreibt ihr also eine zweite Erweiterung eurer Basissteuerung. Und dann solltet ihr noch sowas wie eine Premium-Steuerung entwerfen, in der beide zusätzlichen Features enthalten sind, also das Umkehren der Fahrtrichtung und das automatische Zufahren nach einer gewissen Zeit. Jetzt wäre es doch toll, wenn ihr so etwas wie einen Baukasten hättet, der euch zunächst einmal einen FB mit der Basissteuerung liefern würde, der aber darüber hinaus auch noch Add-ons enthält, mit denen ihr eure Basissteuerung nach Belieben erweitern könntet. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mithilfe von Interfaces, oder auf Deutsch Schnittstellen, genauso einen Baukasten entwickeln könnt. Im Software Engineering spricht man übrigens nicht von einem Baukasten, sondern eher von einer Bibliothek, und deswegen übernehme ich auch den Begriff hier in diesem Video, auch wenn ich die Interfaces und FBs, die ich hier programmieren werde, am Ende nicht in eine Bibliothek überführe. Ein Hinweis noch vorab, wenn ihr noch nicht so genau wisst, was Interfaces oder Schnittstellen in der SPS-Programmierung sind, empfehle ich euch die zwei vorangegangenen Videos in dieser Reihe. Da erkläre ich euch zunächst einmal die Grundlagen von Interfaces, und ich zeige euch die Unterschiede zwischen Interfaces und abstrakten FBs. So, als Beispiel in diesem Tutorial nutze ich jetzt aber nicht die Rolltorsteuerung, sondern wieder die Anzeige eines Integerwertes. Ich möchte also eine Bibliothek haben, mit der ich FBs entwickeln kann zur Anzeige eines Integerwertes in verschiedenen Formaten. Also, zum Beispiel soll ein Integerwert auf einem LC-Display angezeigt werden, oder in einer anderen Anwendung soll der ganze Wertebereich des Integers in vier Teilbereiche aufgeteilt und in einer LED-Leiste angezeigt werden. Und in der Bibliothek sollen noch Add-ons sein, die es mir ermöglichen, neben der Standardanzeige noch weitere Features in meinem FB zu integrieren, aber darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Die Grundidee des Ganzen ist zunächst einmal, dass unabhängig von der Anzeigeform die FBs zur Anzeige immer gleich verwendet werden sollen. Und diese gleiche Verwendung wird durch diese Schnittstelle idisplayint hier spezifiziert. Die Methoden mOn und mOff übernehmen die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Anzeige des Integerwertes, der über den Set-Zugriff der Eigenschaft pValue übergeben wird. Und die Aktualisierung der Anzeige erfolgt über den Aufruf der Methoden mShow. In dieser Schnittstelle werden ja nur die Methoden und Eigenschaften deklariert, aber es gibt eben keine Implementierung. Um den Anwender bei der Entwicklung eines Anzeigebausteins zu unterstützen, gebe ich schon Teil einer möglichen Implementierung der Schnittstelle in einem abstrakten FB mit dem Bezeichner fbdispintfor. Und zwar sind das die Code-Teile, die unabhängig von der konkreten Anzeigeform sind. Der fb hat zwei interne Variablen. nValueInternal ist der Integerwert, auf den über die Eigenschaft pValue zugegriffen werden kann. Und beActive ist der Zustand der Anzeige, also ob diese aktiv oder inaktiv geschaltet ist. In der Methode mOn wird die Anzeige aktiviert und in mOff deaktiviert. Und zudem wird hier noch der intern gespeicherte Wert auf 0 gesetzt. Und der Set-Zugriff von pValue ermöglicht das Ändern des Integerwertes nur dann, wenn der fb aktiv geschaltet wird. Die Aktualisierung der Anzeige in mShow kann nicht konkret implementiert werden, da das ja jetzt wirklich von der Anzeigeform abhängt und daher bleibt die Methode abstrakt. So, damit habe ich jetzt schon mal die Bausteine, aus denen ich mir eine Basisanzeige entwickeln kann. Zum Beispiel für die Anzeige auf einem LC-Display. Um das einmal fortzuführen, habe ich hier einen fb schon erstellt, der den abstrakten fb erweitert. Den Integerwert, der später mit meinem Display verknüpft ist, übergebe ich dem fb hier per Referenz. Und im Anweisungsteil rufe ich einfach den Anweisungsteil der Basisklasse auf. Auch wenn dort gar nichts passiert in meinem Beispiel, aber in der Regel ist es nicht verkehrt, genau das hier zu tun. So, dann überschreibe ich noch erstens die Methode mOff, wo ich auch wieder die entsprechende Methode der Basisklasse aufrufe und dann noch den mit dem Display verknüpften Wert auf 0 setze. Und zweitens die Methode mShow, in der einfach die Zuweisung des intern gespeicherten Wertes an die mit dem Display verknüpfte Variable erfolgt. Ja, und damit habe ich meine erste Implementierung der Basisfunktionalität einer Anzeige auf einem LC-Display. Und das Ganze teste ich jetzt hier in meinem Main-Programm. Dort deklariere ich zunächst eine Variable vom Typ fbin to lcd und weise die Referenz darauf dann der Variablen idisplay vom Typ der Schnittstelle idisplayint zu. Dann gibt es hier noch ein paar interne Variablen. Über nInput gebe ich den anzuzeigenden Integerwert vor, hier über die Zuweisung zur Eigenschaft pValue. Und die Ausgabe erfolgt dann über die Variable nOutput. Das ist die Variable, die mit einem LC-Display verknüpft sein könnte und die ich hier beim Aufruf des FBs per Referenz übergebe. So, und bSetOn und bSetOff sind Flags, mit denen ich dann im Anweisungsteil den Aufruf der Methoden mOn bzw. mOff initiiere. Und am Ende des Anweisungsteils rufe ich dann noch die Methode mShow auf, mit der die Anzeige aktualisiert wird. Und hier seht ihr den FB im Online-Modus. Zuerst setze ich das Fleck bSetOn, wodurch die Methode mOn aufgerufen und der FB aktiviert wird. Und dann kann ich hier über nInput neue Werte vorgeben, die dann in nOutput geschrieben werden. Wenn ich den FB deaktiviere, durchsetzen von bSetOff, dann bleibt der Ausgang auf 0, egal welche Werte ich vorgebe. So, bisher habe ich also in meiner Bibliothek eine Schnittstelle, die nur die Anwendung der Anzeige FBs spezifiziert und einen abstrakten FB, der mögliche allgemeine Teile der Implementierung schon beinhaltet und damit eine Entwicklung eines konkreten FBs beschleunigen kann. Aber sowohl die Schnittstelle als auch der abstrakte FB beinhalten ja nur Basisfunktionalitäten. Und jetzt soll das erste Add-on in die Bibliothek aufgenommen werden. Und das Add-on soll dazu dienen, die Anzeige zu testen. Für dieses Add-on habe ich schon ein neues Interface iTestable ergänzt. Und dieses Interface hat eine Methode mTest mit einem Übergabeparameter T-Dur vom Typ Time, der angibt, wie lange die Testanzeige ausgegeben werden soll, bevor die Anzeige automatisch wieder in den normalen Anzeigemodus springt. Und dann gibt es hier noch eine Eigenschaft p-test-disactive, die nur ausgelesen werden kann und die angibt, ob der Test gerade läuft oder eben nicht. So, dieses Interface iTestable ist schon fast alles, was ich brauche, um es als Add-on zu dem BasisfB nutzen zu können. Ich muss gleich nur noch eine Kleinigkeit ergänzen, die aber für dieses ganze Konzept wesentlich ist. Was diese Kleinigkeit ist und warum man die braucht, erkläre ich aber gleich noch. Zunächst einmal entwickle ich jetzt aber aus dem abstrakten FB-Display-Int und dem Interface iTestable einen neuen FB für die Anzeige eines Integerwertes mit Testfunktion. Dieser neue FB erweitert also den abstrakten FB und implementiert das Interface iTestable. Die Implementierung dieses FBs beinhaltet genau denselben Code wie der vorherige Standard-FB, jetzt allerdings ergänzt um die Teile, die den Test betreffen. Und auf diese Teile beschränke ich mich jetzt. Da werden also zunächst einmal zwei interne Variablen. Da der Test zeitbasiert durchgeführt wird, brauche ich ein Zeitmesser und dazu nutze ich diese Einschaltverzögerung FB-Wait-Test. Und ihr werdet gleich sehen, dass der FB für die Zeit des Tests inaktiv geschaltet wird. Das heißt, die Variable beActive ist dann False. Nach dem Test soll dann aber der vorherige Zustand wieder gesetzt werden und dazu brauche ich diese Merkervariable beActiveTemp. So, im Anweisungsteil rufe ich dann den Timer auf und wenn dieser abgelaufen ist, wird beActive auf den gespeicherten Wert gesetzt. Gegebenenfalls wird der interne Integerwert auf 0 gesetzt, wenn der FB inaktiv ist. Und dann wird eben noch der Timer zurückgesetzt. So, in der Methode mTest wird dann der Timer gestartet mit der übergebenen Dauer. Dann wird der interne Integerwert auf 28.960 gesetzt, was in meinem LC-Display auf den Wert 8,88 skaliert wird. Und das ist also die Testausgabe, mit der alle Segmente des Displays überprüft werden können. Und dann wird der aktuell gesetzte Zustand des FBs zwischengespeichert und der FB wird deaktiviert. Im Get-Zugriff der Eigenschaft pTestisActive wird nur das In-Signal des Timers zurückgegeben. Und das ist ja nur dann true, wenn der Test läuft. So, die Methoden mOff und mShow sind zu 100% identisch zur Implementierung des Basis-FBs. Und damit ist dann auch meine Implementierung fertig und ich kann den FB wieder im Main-Programm testen. So, dazu ändere ich hier im Deklarationsteil zunächst einmal den Typ des FBs. Mit dem Test habe ich jetzt hier aber folgendes Problem. Meine Variable idisplay ist eine Referenz auf einen FB, der das Interface idisplayint implementiert. Und deswegen kann ich darauf auch nur die Methoden und Eigenschaften anwenden, die in diesem Interface spezifiziert sind. Aber da ist die Methode mTest ja nun mal nicht bei, weil ich die in ein anderes Interface itestable ausgelagert habe. Was ich jetzt also brauche, um die Methode mTest aufrufen zu können, ist eine Referenz auf einen FB vom Typ itestable. Prinzipiell könnte ich mir genau wie zuvor eine entsprechende Variable anlegen und dieser die Referenz auf den FB-disp-int zuweisen. Über die Referenz habe ich dann also den Zugriff auf die Methode mTest und die Eigenschaft pTest is active. Dann lege ich jetzt noch Flex an zum Aufruf der Methode mTest und zur Anzeige, ob der Test aktiv ist. Und dann kann ich also über die Referenz idisplaytest die Methode mTest aufrufen und den Teststatus ausgeben. Okay, diese Implementierung würde zwar funktionieren, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Wenn ich nämlich den Typ meines FBs ändere, also zum Beispiel wieder in den Basis-FB, dann bekomme ich den Fehler, dass die Referenz auf fb-disp-int nicht der Variablen idisplaytest zugewiesen werden kann und die Ursache ist natürlich, dass mein Standard-FB nicht das Interface itestable implementiert. Eine bessere Implementierung wäre also, wenn der Typ der Interface-Referenz zur Laufzeit in den passenden Typ konvertiert werden könnte und dabei auch überprüft würde, ob so eine Konvertierung überhaupt möglich ist. Das klingt zunächst einmal kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, weil es dafür nämlich eine Funktion gibt und die heißt doppelter Unterstrich queryinterface. Und wie diese Methode genau genutzt wird, erkläre ich jetzt im Folgenden. So, diese Funktion überprüft, ob eine Konvertierung der Referenz, die als erstes Argument übergeben wird, hier also die Referenz auf meinen Standard-FB idisplay, in den Typ der Referenz, die als zweites Argument übergeben wird, hier idisplaytest, ob das überhaupt möglich ist. Wenn diese Konvertierung durchgeführt werden kann, gibt die Funktion den Wert true zurück und es wird die Referenz vom ersten an das zweite Argument übergeben. Andernfalls ist die Konvertierung eben nicht möglich und dann würde die Funktion false zurückgeben. Jetzt gibt es aber eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit diese Funktion queryinterface auch korrekt funktioniert. Und diese Voraussetzung ist, dass beide an der Konvertierung beteiligten Interfaces das Interface iQueryinterface erweitern. Das heißt, sowohl bei idisplayint als auch bei itestable muss ich extents system.iQueryinterface ergänzen. Dieses Interface ist sowohl in TwinCat als auch in Codesys standardmäßig vorhanden. Ihr müsst dafür also keine zusätzliche Bibliothek einbinden. So, und dann gehe ich jetzt zurück zum Main-Programm. Hier habe ich diese Konvertierung jetzt schon in dieses if-Statement gepackt, damit ich die Konvertierung nicht immer wieder ausführen muss. Und den Rückgabewert der Funktion speichere ich in der Variablen bistestable. So, bei allen Methodenaufrufen und Zugriffen auf Eigenschaften, die den Test betreffen, frage ich zunächst einmal ab, ob das Flag bistestable true ist. So, meine Integer-Anzeige-Bibliothek hat jetzt also schon ein erstes Add-on. Und um euch nochmal zu zeigen, wie einfach es eigentlich ist, neue Add-ons zu ergänzen, erkläre ich das Ganze nochmal bei einem zweiten Add-on, das es ermöglicht, den Anzeigewert einzufrieren. Und dazu habe ich hier zunächst einmal ein neues Interface ifreezable hinzugefügt. Im Deklarationsteil muss ich nur wieder darauf achten, dass dieses Interface System.iQueryInterface erweitert. Also, dass ich hier diesen Zusatz Extents System.iQueryInterface habe. Und diese Schnittstelle soll eine Methode mFreeze mit einem Übergabel-Parameter bin vom Typ bool haben. Über diesen Parameter soll man später das Einfrieren des Wertes ein- und ausschalten können. Und dann hat das Interface noch eine Eigenschaft p.isFrozen, die nur einen Get-Accessor hat, über den man eben auslesen kann, ob der Anzeigewert eingefroren ist oder nicht. So, und damit ist das Add-on auch schon wieder fertig. Und das habe ich jetzt auch schon implementiert in einem weiteren FB mit dem Bezeichner fbInt to LCD-F. Der FB erweitert also wieder den Basis-FB vom Typ fbDisplayInt und implementiert jetzt die Schnittstelle iFreezable. Dieser FB hat jetzt nur eine interne Variable, b isFrozenInternal vom Typ bool. Der Wert dieser Variablen wird in der Methode mFreeze gesetzt und über diese Unverknüpfung von bIn und bActive ist es also nur möglich, den Anzeigewert einzufrieren, wenn der FB aktiv geschaltet ist. In mOff wird wieder die Methode mOff der Basisklasse aufgerufen und dann wird der Anzeigewert auf 0 gesetzt und b isFrozenInternal auf False, weil ja eben nur aktiv geschaltete FBs eine eingefrorene Anzeige haben können. Der Get-Zugriff der Eigenschaft b isFrozen liefert einfach den Wert b isFrozenInternal zurück und im Set-Zugriff vom pValue beschränke ich jetzt die Möglichkeit, neue Werte zu übergeben auf den Zustand, dass der FB aktiv geschaltet ist und dass die die Frozen-Funktion nicht eingeschaltet ist. Die Implementierung der Methode mShow ist identisch zu den bisherigen Implementierungen. So, um diesen FB jetzt zu testen, habe ich mein Main-Programm auf die gleiche Weise erweitert wie zuvor beim FB mit der Test-Funktion. Zuerst habe ich hier eine Variable idisplay-freeze vom Typ ifreezable angelegt und b isFreezable speichert gleich den Rückgabe der Funktion queryInterface. So, dann habe ich noch eine Variable b-freeze-Output angelegt, in der ich gleich anzeige, ob die freeze-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist und mit b set-freeze initiiere ich wieder den Aufruf der Methode m-freeze. Im Anweisungsteil habe ich die Initialisierung um eine Zeile ergänzt, in der also eine Typ-Konvertierung in den Typ ifreezable versucht und das Ergebnis dieser Konvertierung in b isFreezable gespeichert wird. Und dies ist wieder der Teil, in dem die Methode m-freeze aufgerufen wird und dabei wechsle ich einfach den freeze-Zustand und hier unten erfolgt dann die Ausgabe, ob also die Anzeige eingefroren ist oder nicht. Und hier kommt wieder der Test des FBs im Online-Modus. Ihr seht hier oben, dass die Interface-Referenzen idisplay und idisplay-freeze Werte ungleich 0 haben, aber idisplay-test speichert die Adresse 0. Das deutet darauf hin, dass der hier verwendete FB das Interface ifreezable implementiert, aber nicht das Interface idtestable. Jetzt aktiviere ich den FB, gebe dann einen Wert vor und dann rufe ich die Methode m-freeze auf. Wenn ich jetzt den Eingangswert verändere, hat das keine Auswirkung auf den Ausgangswert, denn der bleibt jetzt hier eingefroren. Und wenn ich die Methode m-freeze erneut aufrufe, wird die Anzeige dann auch wieder aktualisiert. So, auch wenn mein Main-Programm prinzipiell die Möglichkeit bietet, eine Testmethode aufzurufen, passiert das hier nicht, denn dazu wird zunächst geprüft, ob der FB das Interface idtestable implementiert. Und das tut er in diesem Fall ja nicht, sodass auf idisplay-test und den zugehörigen Methodenaufruf natürlich nicht zugegriffen wird. Okay, jetzt habe ich in meiner Bibliothek also schon zwei Add-ons und in einem letzten Beispiel will ich euch nun zeigen, dass ihr auch FBs entwickeln könnt, die beide Add-ons implementieren. Und dazu habe ich hier den fbint-to-lcd-tf erstellt, der den abstrakten fb-display-int erweitert und der die Interfaces i-testable und i-freezeable implementiert. Auf die weitere Implementierung dieses FBs und den Methoden und Eigenschaften gehe ich jetzt gar nicht weiter ein, denn die sind komplett identisch zu den Implementierungen der beiden zuvor gezeigten FBs. Das heißt, ich komme jetzt nur noch zu dem Test und zwar wieder ins Main-Programm und für diesen Test muss ich das Programm nur an einer einzigen Stelle verändern, nämlich bei der Deklaration des FBs fb-display-int. Hier gebe ich den Typ fb-int-to-lcd-tf an und alles andere bleibt so, wie es war. Im Online-Modus seht ihr nun, dass der verwendete FB beide Interfaces i-testable und i-freezeable implementiert und entsprechend die Methoden m-test wie auch m-freeze darauf angewendet werden können. Zuerst aktiviere ich den FB, dann gebe ich eine beliebige Zahl vor und dann rufe ich den Test-Modus auf, wo dann also für drei Sekunden der voreingestellte Wert angezeigt wird und nachdem der Test beendet ist, rufe ich m-freeze auf und jetzt wird die Anzeige eben nicht mehr aktualisiert, bis ich m-freeze erneut aufrufe. Okay, ich habe euch in diesem Video vorgeführt, wie ihr eine Bibliothek erstellen könnt, in der ihr einen FB mit Standardfunktionen spezifiziert und zusätzlich beliebige Add-ons bereitstellt. Sowohl die Spezifikation der Standardfunktionalitäten wie auch der Add-ons sind Interfaces, die das Interface, iQuery Interface erweitern müssen. Bei Bedarf könnt ihr die Nutzer eurer Bibliothek unterstützen, indem ihr einen FB oder abstrakten FB bereitstellt, der schon einige Basisfunktionalitäten implementiert. Und aus diesen Bausteinen können dann konkrete FBs entwickelt werden, die mindestens die Standardfunktionen oder aber auch beliebige weitere Interfaces, also die Add-ons, implementieren.